ist es schon wieder einer dieser Tage. Deine Zweifel wollen deine Aufmerksamkeit und du hast das Gefühl, dass die ganze Arbeit umsonst war und es endlich Zeit ist aufzugeben. Doch was erwartet dich, wenn du aufgibst? Was ist die Alternative? Gibt es überhaupt eine Alternative? Das finden wir heute heraus. Los geht's. Du willst wissen, was bleibt, nachdem du alle deine Träume auf den Müll geworfen hast? Ich will es dir verraten. Ein fremdgesteuertes Leben, in dem du einfach nur noch mit dem Strom schwimmst. Und irgendwann gewöhnst du dich an dieses Leben, weil dieses Leben sehr einfach ist, weil es keine Arbeit von dir verlangt und weil es keine Veränderung verlangt. Aber ist das wirklich das, was du willst? Ein Leben innerhalb der Komfortzone ist zwar leicht, aber auf lange Sicht wird deine Lebensqualität massiv darunter leiden. Denn sobald du aufhörst, deine Träume zu verfolgen, werden Glück und Erfüllung für dich zu Fremdwörtern. Denn beides fällt dir nicht einfach so in den Schoß, sondern muss erarbeitet werden. Und ohne Träume gibt es keinen Antrieb und ohne Antrieb keine Umsetzung. Und dann kommt es zum Stillstand. Und das Schlimmste an der Sache ist, auch wenn du dieses normale Durchschnittsleben lebst, wirst du irgendwann an einem Punkt ankommen, an dem die Reue einsetzt. Und dann fragst du dich, warum du deine Träume nie verfolgt hast, warum du immer nur das gemacht hast, was die anderen machen und warum du niemals deine Komfortzone verlassen hast. Und dann wirst du merken, dass es für die Umsetzung vielleicht schon zu spät ist. Und dann fragst du dich, ob es sich gelohnt hat. Hat sich der Komfort gelohnt? Hat es sich gelohnt niemals ein Risiko einzugehen? Und bist du erst einmal an diesem Punkt angekommen, wirst du feststellen, dass es von Anfang an nur eine einzige Sache gab, die es sich lohnt aufzugeben. Nämlich die Gedanken ans Aufgeben. Gedanken und vor allem die Beziehung zu deinen Gedanken bestimmt dein Leben. Nur wer an dem Gedanken festhält, aufzugeben, unterliegt überhaupt dem Risiko des Aufgebens. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wie du die Gedanken ans Aufgeben loswerden kannst. Deshalb will ich dir heute mal ein paar meiner besten Tipps zeigen, die mir auf meinem Weg geholfen haben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Doch warum jagen wir eigentlich unseren Träumen nach und suchen nach Erfüllung? Wenn du darüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass es in deinem Leben mindestens einen Aspekt gibt, der Leid in dir auslöst und du dieses Leid durch Erreichen des Ziels bzw. deiner Träume aus der Welt schaffen willst. Die Gründe für Leid sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber am häufigsten leiden Menschen unter den folgenden Faktoren. Beruf, Gesundheit, Finanzen und Beziehung. Findest du dich in einem dieser Punkte wieder? Dann schreib mir mal unten in die Kommentare, in welchem. Und eine wichtige Einsicht musst du unbedingt verinnerlichen. Aufgeben führt niemals dazu, dass du weniger Leid erfährst. Es kann vielleicht sein, dass du kurzzeitig weniger Leid erfährst, einfach weil die Extraarbeit wegfällt, die, ja ich sag mal, unangenehm sein kann. Aber ist es das wert? Denn dann leidest du bis an deinem Lebensende darunter, diese Arbeit nie investiert zu haben und deine Ziele nie umgesetzt zu haben. Und dann lebst du zwar ein komfortables Leben und ein verantwortungsloses Leben, aber das heißt nicht, dass du niemals Leid erfahren wirst. Und das war auch für mich eine sehr wichtige Einsicht. Denn als Angstpatient spielt man oft mit dem Gedanken aufzugeben. Doch was bedeutet das eigentlich? Was passiert danach? Bis ans Lebensende mit einschränkender Angst leben, ohne es überhaupt versucht zu haben? Das sollte für niemanden eine Option sein. Und selbst wenn du bis an deinem Lebensende versuchst, deine Ziele umzusetzen, ist das immer noch besser als nicht zu tun. Denn so hast du wenigstens die Chance auf Erfolg. Stillstand führt zu nichts. Und sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie viele Situationen hast du schon überwunden, von denen du dachtest, dass es unmöglich ist. Und jeder kennt diese Situation. Nur neigen wir dazu, in schweren Zeiten diese Erfolgserlebnisse zu vergessen. Und deshalb ist es so wichtig, sich in schweren Zeiten immer wieder diese Erfolgserlebnisse vor Augen zu halten. Und falls du eine dieser Personen bist, die sich schwer damit tut, den ersten Schritt zu machen, solltest du dir folgende Frage stellen. Warum musst du dich beim Start eines Flugzeugs anschnallen? Ich will es dir verraten. Weil es besonders beim Start eines Flugzeugs zur Turbulenzen kommen kann, bis das Flugzeug eine gewisse Höhe erreicht hat. Was ich damit sagen will ist, aller Anfang ist schwer. Und je länger und öfter du dich fremden Situationen aussetzt, desto schneller werden sie zur Routine. Und wo eine Routine ist, wird dein Ziel nicht nur schneller, sondern auch einfacher erreicht. Träume erfüllen sich nicht einfach dadurch, dass du sie äußerst. Die Erfüllung eines Traums ist mit harter Arbeit und Wiederholung verbunden. Und da hilft eine Routine ungemein. Entferne dich bitte von dem Irrglauben dieser Gesellschaft, dass du alles geschenkt bekommst und alles schnell gehen muss. Wer arbeitet heutzutage noch intensiv an sich selbst? Leider kaum jemand. Und ich kann es den Menschen noch gar nicht verübeln, denn überall wird die schnelle Lösung angeboten. Du hast Finanzprobleme? Hier hast du einen Kredit. Du hast Gesundheitsprobleme? Hier schluck einfach diese Pille. Du hast Beziehungsprobleme? Schon mal von Tinder gehört? Man will uns weiß machen, dass alles nur ein Katzensprung entfernt ist. Von Nachhaltigkeit wird aber bewusst nicht gesprochen. Denn die Realität sieht nun mal ganz anders aus. Ohne Fehler, investierte Zeit und Arbeit kann es keinen Erfolg geben. Die meisten Menschen sind einfach falsch programmiert. Und wenn es dann nicht so läuft, wie die Gesellschaft es predigt, nämlich das alles einfach und schnell geht, dann neigen diese Menschen schnell dazu, das Handtuch zu werfen. Und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Realisten gewinnen und Menschen, die an diesen gesellschaftlichen Illusionen festhalten, verlieren. Eine andere besonders harte Wahrheit sieht so aus. Wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du anderweitig zurückstecken. Am Wochenende Zeit und Arbeit investieren, während deine Freunde feiern sind? Damit musst du dich abfinden. In den dunkelsten Tiefen deiner Psyche graben? Unangenehm, aber absolut notwendig. Du musst bereit sein, Opfer zu bringen, ohne zum Opfer zu werden. Denn als Opfer wirst du nichts erreichen. Übernimm die volle Verantwortung und du erhältst die volle Kontrolle über dein Leben. Etwas geht schief? Sieh es als Test, als Test, ob du es wirklich willst. Denn du kannst dir sicher sein. Sobald du dich dazu entschieden hast, etwas zu ändern, greift Murphys Gesetz. Und Murphys Gesetz besagt, alles was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und sobald etwas schiefgeht und es schwer wird, darfst du nicht in Selbstmitleid versinken. Denn die defensive Opferrolle führt einfach nur dazu, dass du gelähmt bist und dich noch weiter von deinem Ziel entfernst. Du hast schon viel zu viel Zeit investiert, um jetzt noch aufzugeben. Gib dir selbst das Versprechen, nie wieder ein Leben zu führen, was du nicht führen willst. Aufgeben ist immer eine Entscheidung. Wenn du dir selbst das Versprechen gibst, niemals aufzugeben und dein Wort halten kannst, dann wirst du deine Ziele auch erreichen. Wer aufgeben will, findet Gründe. Wer niemals aufgibt, findet Wege. Wie oft standest du schon kurz vor dem Aufgeben und was hat dich davon abgehalten? Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, dann abonniere doch einfach den Kanal, drück die Glocke, teile das Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.